Ein exklusiver BMW 530 Grad Tourismo ist hier zum Verkauf angeboten. Die schwarze Limousine bietet angenehmen Reisekomfort. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 60.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2013. Die Limousine besticht durch luxuriöses Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Partikelfilter und vieles mehr. Unter der Haube gibt der Diesel eine stattliche Leistung von 258 PS an das Automatikgetriebe ab. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF, 2020